Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest, der da nicht seht, darf die Fröstel Pflanzen bringen. Schon ordentlich eine Menge Geld an, ne? 58.400 Kriller. Ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Im letzten paar haben wir noch ein paar Ktoffeln gepflanzt. Mal gucken. Die sind halt heute noch nicht fertig, ne? Emo hat aber schon wieder einen neuen Brief geschrieben. Neuer Erstauftritt der Diva. Emo und Schrieker, die wollen es direkt wieder wissen, ne? Die wollen es direkt wieder wissen. Aber ich denke mal, wir kümmern uns erst mal um das Feld wieder erneut. Und ich wollte mir eigentlich mal längst noch aufschreiben, wir wollten mir längst mal irgendwie notieren, wie viele Felder ich hier habe, damit ich mir ein bisschen mehr planen kann. So. Muss auch wieder alles gegossen werden. Ja, Briefe lesen wir noch, meine Liebe. Keine Sorge. Die werden noch gelesen, aber erst mal muss das Feld gegossen und gemacht werden und so und getoutet hier. Ja, das ist halt ganz besonders wichtig. Aktuell gibt es nichts Wichtiges, weil das ist unser Geld, das wir jetzt bekommen. Und ab jetzt werden wir auch nichts mehr Neues anpflanzen, weil der Monat ist halt in 10 Tagen rum, ne? Oh, guck mal. Ich konnte jetzt tatsächlich auch mal wieder was gießen. Das Gießen bringt aber auch Spaß. Um ehrlich zu sein. Irgendwie, keine Ahnung, das ist halt vermerkwürdig, warum das mit Spaß bringt. Weil es einfach so einfach ist. So, heute kriegen wir leider gar nichts geerntet. Weil es ein bisschen, weil es noch braucht. Ist aber auch nicht wirklich weiter schlimm. Ups, nein. Weg damit. Geh mal zu den anderen Stuff hier hin. Ah, ich muss wieder Dingsfutter holen. Hier. Ich hab's, ich hab kein Futter mehr für die... Wie heißen die? Volumes? Das ist leer. Ja. Das ist leer und ich müsste wieder Neues kaufen. Volumenfutter. Machen wir mal, ne? Gehen wir nach Leto, kaufen Volumenfutter. Und anschließend machen wir dann eine von... Ne. Erst lesen wir. Erst lesen wir und dann... Ja. Ein letzter Aufgabe. Schrieker. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe mit Herzen. Ich hätte keine Antwort für ihn gehabt, wenn ich ihn allein gegenübertreten wäre. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft. Die Angelegenheit ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Da haben wir uns noch Mutter stellen müssen. Ich warte am Tempel auf dich. Schrieker. Sie sollen wissen, dass es mir gut geht. Emo. Ich würde gerne noch einmal den Korallenschränbel suchen. Ich möchte meiner Mutter und den anderen Sirenen erzählen, dass die Gedenkfeier ein Erfolg war. Und die viele neue Freundin in Schattel habe. Würdest du vielleicht mit mir kommen? Ein? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Klar doch. Klar doch. Aber erstmal nach Leto. Korrekt. Damit wir... Äh... Futter kaufen können. Futter. Mh... Und das Feldwerk werden wir erstmal nicht mehr vergrößern, weil 50.000 ist so viel. Ich kriege halt so viel gar nicht mehr rein. Erstmal. So. Volumfutter. Boah, das ist so teuer. Wirklich. Ich kann nicht noch ein Volumen kaufen? Doch, hier. Volumen. Ich benenne es später um. Ich werde es später umbenennen, weil... Ich habe mein Dokument gerade nie offen. Und so, da gehen wir kurz mal nach Hause. Werden es denn da... Werden es dann da... Ins Gehege liegen. Ich muss unbedingt... Ja, wenn Frühling ist, ist es mir im Winter, kann ich halt kein Volumfutter anbauen. Das ist halt... Das ist halt... Nachteil, ne? Wenn wir Frühling haben, dann kann ich wieder Volumfutter anbauen. Dann müsste ich da auch... Gut Vorrat haben. Aber so... Schwierig. So, sieben Tage oder so. Ich weiß nicht. Drei. Das sieht so klein. Wie heißt du denn? Ich werde dich bis später umbenennen. Aufspringen. Dulce. Jacqueline Roberts in der Stufe 3. Was sagen unsere Chickenback Nuggets? Was sagen die? Was? Chris Marcus in Stufe 10. Achso, scheinbar haben wir deswegen so ein Dings gekriegt von da oben, ne? Für Stufe 10. Gut, was machen wir denn als erstes? Die Geschichte sagt... Oha. Dass... Dass... Sie und... Und... Und Asia... Also... Emo und Asia fertig sind. Oha. Ja, dann machen wir... Erst mal, komm, machen wir das mit Emo. Denk ich... Ne, ne, wir haben Emo jetzt schon so oft gehabt. Letzten Part. Letzten Part hatten wir sie schon... Wir machen erst mal Asia. Komm. Asia will abgeschlossen werden. Der wartet schon länger. Ich bin zwar sehr hilfsbereit und für jeden da, wenn man mich braucht, aber... Ein bisschen abwechselnd tut gut, ne? Ich kann mich halt leider nicht zerteilen, ne? Das ist halt auch ein Problem. Übrigens, ähm... Ja, Pragas Geschichte geht halt noch nicht weiter und ich weiß, dass danach noch zwei weitere kommen mit jeweils zehn... Ah! Ich weiß nicht, ob ich das mache. Also da muss ich... Da weiß ich... Das weiß ich nicht, Leute. Also das... Uff. Uff. Einfach. Einfach uff. Ah, sie hat gehört, was du getan hast. Man sagt, du hast die Stadt vor allen diese Monster gerettet. Es ist schön, mein Haus wieder mit einem sicheren Gefühl verlassen zu können. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Nichts macht mich glücklicher, als wissen, dass es den Stapunen dann gut geht. Mein Gott, werde etwas lockerer und nimm das Kompliment an, ja? Du hast den Moment genießen. Ah, ein. Es tut mir leid, aber ich habe noch eine Verabredung. Keine Sorge, wir sehen uns, wenn du das nächste Mal deine Runde absolvierst. Wenn du hier ein offenes Ohr brauchst, weißt du, dass du immer zu mir kommen kannst, hm? Danke fürs Warten, ein. Ich hoffe, ich störe nicht. Oh, keine Sorge, wir haben uns nur unterhalten. Ah, das hätte ich fast vergessen. Du bist den ganzen Weg hierher gekommen. Geh mal auf die Aussichtsplattform. Nicht, weil ich nicht will, dass uns jemand zuhört. Ich mag einfach die Aussicht. Aha. Ich verstehe schon. Du Schlawiner, du. Ich habe neulich einen Brief von Othela erhalten. Sie schrieb, dass sie zum Meer unterwegs ist, obwohl sie ziemlich auch zufrieden damit schien, ziellos herumzureisen. Klingerski ist ihr gut. Ja, ich war wirklich erleichtert, als ich den Brief gelesen habe. Aber sie geht jetzt ihren eigenen Weg. Was bedeutet, es ist höchste Zeit, dass ich das auch mache. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen darum gemacht. Ob ich stark genug wäre, die Welt, die Thiala so sehr liebte, wie versprochen, zu beschützen? Othela hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich wollte Stärke. Gewaltige Kraft, stark genug, um alle zu beschützen, die uns wichtig sind. Ich dachte immer, ich wäre nicht stark genug dafür. Ähm, fühlst du dich jetzt immer noch so? Ja, meine Art zu denken, äh, zu danken hat sich nicht im geringsten... Ne, denk, dank, denken, denken. Wieso lese ich danken? Ja, meine Art zu denken hat sich nicht im geringsten geändert. Aber ich habe etwas verstanden. Ich kann die Welt um mich herum retten, aber meine Reichweite ist begrenzt. Aber ich kann diese Reichweite mit der Zeit vergrößern. Das habe ich bei den ganzen Hin und Her mit Othela verstanden. Er wird Social Media Influencer in Zukunft, wenn man mehr Reichweite hat, damit er alle beschützen kann. Wenn ich mich darauf konzentriere, kann ich mich immer mehr beschützen, Stück für Stück. Ich glaube, so werde ich meine Versprechanteil erhalten. Da wird er ganz viele Charity-Streams machen, um die Welt zu retten, so wie du. Nein. Ey, ich mache doch gar nichts. Konzentriere mich überhaupt auf das, was du kannst. Selbst wenn ich allein nicht alle Probleme gleichzeitig lösen kann, werde ich nicht aufgeben. Ich werde tun, was ich kann, um diese Welt bestmögliche zu beschützen. Es ist, wie es ist. Genau. Fürs Erste werde ich weiter mit der Argus-Brigade zusammenarbeiten, um mich um diese Stadt kümmern. Ich habe immerhin so viel mit all den unterschiedlichen Leuten hier erlebt. Ein. Ich habe viel durchgemachen müssen, um es so weit zu bringen. Deswegen glaube ich, dass jeder einzelne Moment davon eine Bedeutung hat. Tierra zu treffen und dann Hotella zu treffen. Ganz zu schweigen von dir und Istina. Mich von Tierra zu verabschieden und das Versprechen, das ich ihr gegeben habe. Ich akzeptiere, wer und was ich bin und eines Tages werde ich genauso erblühen wie dieser Kirschbaum. All das, was ich bis heute durchgemacht habe, hat eine Bedeutung. Ich hoffe, du kämpfst weiter an meiner Seite, bis dieser Tag kommt. Oh, ist alles so schön gesagt. Ende einer Reise. Juhu. Huch. Da dreht man die einmal um und entdeckt sofort nie mehr Tomatensamens zwei Stück, ne? Wieso war ich hier noch nie? Hä, wie soll ich das noch nie mitgenommen? Hä? Ja, man hat Kameraden dazu, da die Kamera zu drehen. Das ist halt auch so ein Ort hier, ne? Ja nun, ja nun. Zeig mal her. Guck mal hier. Ja, wir sind schon gut dabei. Drei Geschichten haben abgeschlossen. Alter, das sind 30 Texte zum Vorlesen, ne? Also 30 ist so halbe, halbe Romane. Gut, dann machen wir jetzt Emo und... Dann... Heine, denke ich. Für Emo müssen wir leider ein bisschen weiter, ne? So. Einmal zum Eingang, bitte. Später müssen wir auch noch mal hier hin, weil hier noch eine Sidequest lauert. Tatsächlich. Ja, das dauert. Es kommen noch ein paar Sidequests. Ich weiß, ich erzähle nichts Neues, aber da gibt's noch Sidequests. Hier. So, für Emo müssen wir eigentlich schon mal zu... ...ein U-Boot einmal hier hin zum Korallen schreien. Und wir sind da zum Hypozentrum erneut, weil Emo möchte... ...irgendwas zu ihrer Mutter erzählen oder so. Oder den anderen Sirenen. Ganz genau weiß ich aber auch nicht mehr. Ähm, genau. Und dann hier lang. Die, die, die... Genau. Erneut wieder hier beim philosophischen Hypozentrum. Oh, ein, du bist gekommen. Der Barkeeper hat mir heute freigegeben. Er meinte, ich hätte nach meiner harten Arbeit bei der Gedenkfeier etwas Entspannung verdient. Da hast du, da hat er recht, das hast du verdient. Du aber auch einen. Ich? Ich habe aber was gemacht. Ich laufe hier nur umher und rede mit euch. Und höre mir einfach an, was ihr zu sagen habt. Es ist schön, hierher zu kommen. Jetzt, dass sie alles, da sie alles beruhigt hat. Als ich das letzte Mal hier war, war ich aus Fatula geflüchtet. Stimmt. Es war eine schwere Zeit für dich. Ja. Aber heute möchte ich mit meiner Mutter sprechen. Ich habe so viel zu erzählen. Ich möchte das mitkommen sein. Ich? Weil ich sie endlich gefunden habe. Meine Bestimmung. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Darüber, wie ich den Sirenen helfen kann. Wie ich sicherstellen kann, dass man sich an sie erinnert. An meine Mutter, an alle. Und das ist weiter an der Oberfläche zu leben. Als ich als die letzte Sirene, die Diva von Shattela. So kann ich unsere Geschichte von Generation zu Generation weitergeben. Ich kann Menschen von den Sirenen erzählen und vom Fluch ihrer Hoffnung, die zu Loreley wurde. Ich lasse ihn nicht in Vergessenheit geraten. Ich helfe ihn, ewig weiterzuleben. Du hast sie also entschieden. Genau. Ein, das ist meine Bestimmung. Also, wer wirst du mir weiterhin helfen? Du brauchst gar nicht zu fragen. Das hatte ich mir immer vor. Prozess Emo. Ewig könnte es schon etwas schwierig werden. Hm. Das hatte ich immer vor. Prozess Emo. Neb. Heine nennt mich so. Mir wäre lieber, dann würdest du sie nicht gleich tun. Mutter, ihr alle. Ich habe mich mit so vielen Leuten angefreundet, die mir ans Herz gewachsen sind. Auch wenn ich allein bin, geht es mir gut. Ich weine nicht mehr. Ich hoffe also, dass ihr Frieden findet. Aber bitte wacht weiter bei mich. Du darfst ruhig weiterreden. Hahaha. Gehen wir ein. Die Bürger von Schottel erwarten. Und außerdem steht uns noch ein echtes Abenteuer bevor. Wir haben auch noch zu tun, ja? Also gut, gehen wir. Unser Abenteuer in dem Kapitel 4, ne? Alles klar. Aber das dauert immer lange, Leute. Aber ich würde jetzt gerne alles hier abhaken, ne? Mutter, ja, alle. Lebt wohl. Ich verspreche, ich komme bald wieder. Ein neuer Auftritt, er ist auf der Diva. Sie ist quasi wie neu geboren. War ich verteidigung nur auf plus 10% also wie mager im Vergleich zu den anderen, ne? Aber hey, das war doch mal im Gesamten eine interessante Geschichte, du, ne? Das war doch mal interessant zu erfahren hier. So. Aber da waren wir noch Zeit, ne? Für Heine und die ganzen Klumpatsch. Wem machen wir das nächstes? Guck mal. Ich denke mal Heine, ne? Der müsste, der noch, der noch 3, der noch 2, sollten wir auf jeden Fall die nächsten Part, oder in diesen vielleicht sogar, in diesen werden wir es nicht abschließen, aber zumindest in diesen nächsten und vielleicht eventuell sogar übernächsten, wer weiß, wie viel lange wir brauchen, ne? Aber dann ist vorbei. Wenn die da, wenn die auf Stufe 10 sind, dann ist vorbei. Ich glaube zumindest Stufe 10. Es kommt ja keine, es kommt so gut, soweit ich weiß, kommt jetzt auch nichts mehr nach. Also, ich weiß nicht, Praka zum Beispiel, wissen wir ja. Dass der erst, dass bei Praka erst alles andere abgeschlossen werden muss, ne? Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Es kann natürlich sein, dass jetzt, bis du das jetzt, nur noch, dass es jetzt schon die letzten Events sind, hier, von den beiden. Und dann, dann geht es erst nach dem nächsten Kapitel los. Oder beziehungsweise weiter. Das weiß man halt ja nicht, ne? Aber solange am nächsten Tag keine Briefe kommen, weiß ich, dass da nichts mehr ist, ne? So, Heine! Tag auf ein, du hast es geschafft. Ah, ich bin müde. Bin ich müde? Geht es dir gut, Heine? Ja, ja, es geht mir gut. Tut mir leid. Ich war so in meiner Forschung vertieft, dass ich kaum geschlafen habe. Ich habe die Gegenstände untersucht, die Fiasola zurückgelassen hat und habe ihr Logbuch durchgelesen. Ich war gut beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst und ich habe Fortschritte machen können. Was hast du herausgefunden? Fangen wir mit den Gegenständen an, die wir vom Meeresboden geborgen haben. In Ordnung? Im Grunde genommen waren das Dinge, die ich mit einem Blick bestimmen konnte. Und viele davon gehörten zu der beschädigten Ausrüstungsfiasolas. Aber darunter befand sie ein großes, weißes Objekt. Es hat ewig gedauert, bis ich dahinter kam, was es war. Nun ja, dahinter kam ist vielleicht das falsche Wort, aber es stellt sich heraus, dass es etwas zum Anziehen ist. Sie hat Kleidung zurückgelassen? Ich würde es eher als Rüstung beschreiben und nicht als Kleidung, so wie du oder ich sie tragen würden. Natürlich habe ich sie anprobiert, aber sie war so schwer, dass ich kaum stehen konnte. Der Helm war genauso schwer und verfügte anscheinend über die Fähigkeit, die Sonne abzublocken. Warum jemand so das tragen würde, weiß ich allerdings nicht. Wer hat das getragen? Sie etwa? Leider weiß ich das auch nicht. Sonne abzupacken. In solchen Situationen ist es wohl das Beste, jemand zu fragen, der etwas darüber wissen könnte. Wer? Die Omen zum Beispiel könnten mehr über unsere Fundstücke wissen. Ja klar, die Omen wissen halt auch alles, ne? Oh, du hast recht. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Ich habe nicht vor, sie danach zu fragen. Für einen wissbegierenden Verstand wie den meinen ist, ist das eine Frage des Stolzes. Selbst wenn es die ganze Sache nur in die Länge zieht, finde ich solche Dinge lieber alleine heraus. Deshalb werde ich die Omen in dieser Angelegenheit nicht befragen. Und nun, da das beschlossen ist, müssen wir noch über etwas anderes reden. Fiaso das Logbuch, das wirklich viele nützliche Informationen beinhaltet. Es hat mir viel offenbart, auch was unser nächstes Ziel anbetrifft. Es scheint, als wäre dort, wo wir Fiaso das Unterseeboot gefunden haben, etwas in noch größerer Tiefe versteckt. Wie, ich dachte, das wäre schon ganz unten. Was meinst du mit etwas? Nein, das kann ich dir leider nicht genau sagen. Im Logbuch steht auch nichts genaueres dazu. Also wahrscheinlich weiter hinausfahren, dann geht es ja wahrscheinlich noch tiefer, ne? Wir wissen nur, dass Fiaso nach etwas gesucht hat, das noch tiefer liegt, als wir bisher vorgedrungen sind. Vielleicht verstehen wir dann, was sie mit der Zukunft der Vergangenheit gemeint hat. Noch mir auch ein bekanntes Terror. Der Gedanke allein, was da verborgen liegt, lässt mich vor Aufregung erzittern. Ich kann es nicht mehr erwarten. Aber erst mal muss man einen Brief schreiben, ne? Du alles auch, hm? Korrekt. Ich will auch wissen, was er ist. Das sind jedenfalls die Ergebnisse meiner Nachforschungen. Ich habe vor, mich im wahrsten Sinne des Wortes direkt hineinzustürzen. Möchtest du nicht zuerst was schlafen? Das ist wichtig. Schlafen? Schlafen? Hey je, ich habe mich noch nie lebendiger gefühlt. Ich werde mich ausruhen, wenn wir alles erledigt haben. Zeit aufzubrechen. Wir sind nun tiefer, als sogar Fiaso da je fördern konnte. Eine Welt, die noch nie jemand betreten hat. Jetzt? Sofort? Ja gut, also ich meine, ich hätte jetzt gedacht, dass wir beim nächsten Mal so einen Brief schreiben, Brieffreundschaften pflegen sind ja wichtig, ne? Oh, das U-Boot sieht von Infos voll cool aus. So stellt man sich ein U-Boot vor. Ja, reicht bald Fiaso das Unterseeboot. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Fiaso ab hier den Druck stand, ob diese Fiaso ab hier den Druck stand halten kann. Was denkst du ein? Ich glaube an das Schiff. Ja, ich glaube daran. Glauben, hm? Ja, ich glaube auch an uns alle. An dich, mich und die neue verbesserte Fiaso da. Tauchen wir noch etwas tiefer ab. Wenn die Schrauben dir entgegen fliegen, dann weißt du ja, dass du wieder hochfährst. Wie du da oben solltest. Hm, was ist das? Hast du was gefunden? Ich glaube schon. Sieh mal aus dem Fenster. Der Boden hier sieht aus, als wäre er abgetragen worden. Er sieht definitiv ein wenig anders aus. Du glaubst doch nicht, dass es etwas... Was? Ein... Sieh dir das an. Was denn, was denn, was denn? Ein Monster. Ein Riesenwels. Da steckt etwas fest. Fahren wir ein wenig näher ran. Ist das eine amerikanische Flagge? What the hell? Was ist hier los? Ist das eine Flagge? So eine habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Wie kann eine Flagge an einem Ort wie diesen... Was ist das für ein Ort? Was ist hier... Was, was, wie, was? Wenn, wenn Fiasola gesagt hat, Zukunft der Vergangenheit. Wenn das eine... Wirklich, das ist halt eine Flagge aus unserer Welt. Das ist die amerikanische Flagge. Klar, mehr Sterne und so und shit. Und, äh, zumindest daran angelehnt ist die. Sehr stark. War es nicht so in 42 Stände oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich müsste es halt googlen. Ich bin halt auch nicht mehr so... Wann war ich das letzte Mal in der Schule? Ja, ja, ja. Ist auch schon ein bisschen näher. Äh. Wenn Fiasola damals meine Zukunft der Vergangenheit... Dann, denke ich mal, dann meint sie... Dann ist das... Ist unsere Welt, die wir jetzt haben, die Zukunft? Oder ist das Amerika quasi? Ist Amerika die... Ist die Welt, in der wir hier im Spiel leben, ist das quasi die Welt... Also unsere Welt, nur aussetzt nur in der Zukunft? Und Amerika ist schon lange vergangen und die... Die Flagge ist quasi zerrottet und zermottet quasi und soll die Zukunft darstellen von der Vergangenheit, die einmal existierte, wie quasi unsere Welt, die damals existierte und nun auf dem Grund des Meeres oder nichts mehr existierte. Ich weiß es nicht. Ist das die... Ich, ich, ich... Das ist... Krass. Ist das die Zukunft der Vergangenheit? Die Zukunft der Vergangenheit? Aber wie kommt eine Flagge so tief unter Wasser? Wer hat sie hier platziert und wieso? Und wie? Ja, weil wenn das wirklich, wenn das wirklich uralt, wenn die Flagge schon so lange hier ist, ne? Also richtig lange, dann müsste die schon längst aufgelöst sein. Weil das würde ja auch nicht halt... Entweder hat sie vielleicht jemand hier rein platziert, aber ich denke mal so, logisch muss man auch nicht dabei... Hä? Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig, ja. Wer hat sie hier platziert und wieso? Und wie? Habe ich alles falsch verstanden? Das ist nicht der Meeresboden. Wir sind an der Oberfläche. Wie Oberfl... Wie Oberfläche? Für so, oder was hast du nur gefunden? Wenn das die Oberfläche ist... Warte mal, dann... Ist die... Ist das eine Fake-Welt auf der echten Welt rauf? Oder um die echten Welt rauf? Ich verstehe es halt nicht. Ist das nicht so hier... Ist das eine Fake-Welt? Ist das unsere Welt eine Fake-Welt, weil die halt auch vom Schloss der Illusion gesprochen haben? Alter, was ist denn diese Side-Story hier mit Heine? Was ist das? Das ist ja... Das ist ja schon beinahe... Beinahe Pflicht, das zu absolvieren. Geht es dir gut? Ja, ich habe nur nachgedacht. Wir sollten an die Oberfläche zurückkennen, ein. Ich muss sofort mehr über dieses Gebiet erfahren. Das ist ja beinahe schon Pflicht, das hier zu spielen. Hä? Dass das nicht zur Hauptstory gehört. Danke, dass du mich bist. Du hattest begleitet, hast ein. Das ist wirklich ein Anblick, ja. Wenn viel Sola nach diesem Ort gesucht hat, dann hat sie wahrlich eine beeindruckende Entdeckung gemacht. Nun denn, ein. Trennen wir uns hier. Ich lege mich am wenigstens aufs Ohr und mache damit meine Nachforschung weiter. Danach. Wenn ich irgendwas finde, melde ich mich bei dir. Passst du lange auf die auf? Das ist ja äußert merkwürdig. Jene, die folgen... Jene, die... Jene, die folgen werden. Das ist nicht das Finale, ne? Was ist denn hier los? Heftig. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Also irgendwas scheint ganz gewaltig mit unserer Welt nicht zu stimmen. Mit der Welt hier. Moment. Ne. Hier ist sonst nichts mehr. Ne. Also... Guck mal kurz mal. Okay, Schrieker noch einen. Machen wir Schrieker noch, ne? Machen wir, drücken wir noch Schrieker noch einen Party rein. Schrieker, du kommst noch dran. Keine Angst. Also... Alles egal, was man hier tut, ne? Alles lässt einen darauf schließen, dass irgendwie die Welt, auf der wir hier leben, nicht das zu sein scheint, was die meisten oder was man eigentlich nur mal alles annehmen würde. Ihr versteht, ne? Naja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr auf. Aber wenn das da unten die Oberfläche ist... Ne, das vielleicht ist einfach nur über Englisch so gesagt, ne? Die Charaktere im Spiel redest du ja auch quasi ein bisschen mit. Gut, Schrieker. Du wolltest noch mal mit Dings reden, ne? Auf jeden Fall ist ja alles sehr merkwürdig. Alles sehr merkwürdig. Alles. Danke fürs Kommen ein. Wenn du soweit bist, machen wir uns auf den Weg zur Heiligen Mutter. Ich bin soweit, also ich bin ja extra deswegen wegen dir hergekommen, also... Hä? Geh hin? Danke fürs Warten, Heilige Mutter. Wie bereits gesagt, wollte ich mich gerne eine Weile mit dir unterhalten. Missionarin Schrieker Wiramant. Ich habe mich schon auf unser Gespräch gefreut. Ach ja? Tja, ich hoffe, unser Gespräch wird deiner Erwartung gerecht. Ich komme gleich zur Sache. Was hast du mit der Menschheit vor? Du hast die Universalschriften erstellt, um uns zu mäßigen, um uns Ordnung zu verschaffen. Therzen nannte es Herrschaft. Ist das dein Plan, Heilige Mutter? Willst du die Menschheit beherrschen? Meine Entwurfsphilosophie lautet, den Frieden und die Stabilität der Menschheit zu wehren. Die barbaren Rasse dieser Erde besaß keinerlei Intelligenz und hatte nichts außer Gewalt. Darum hielt ich es für nötig, mäßigend einzuschreiten. Falls nötig, werde ich der Menschheit auch in Zukunft weiter in den Weg weisen. Verstehe. Was meinst du ein? Was soll ich meinen? Sollen wir die Heilige Mutter zerstören? Oder lassen wir sie weiter über uns wachen? Wenn es das Chaos beendet und für die Stadtbüder nie wieder alles wie früher wird, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, sie alle als mäßige Kraft zu behalten. Ich weiß nicht, was besser ist. Bitte verzeih mir, es war nicht fair von mir, dir diese Frage aufzudrängen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt eine Antwort gibt. Aber wir können die Erhaltung der Menschen, Menschheit, die Heilige Mutter, die Mutter überlassen. Also werde ich Patriarchen. Schaffst du das alleine? Mach dir keine Sorgen, darüber habe ich bereits nachgedacht. Missionaren wie Ramant. Durch Annahme des Amtes der Patriarchen erklärst du meine Rolle als nicht mehr erforderlich? Das weiß ich erst, wenn ich es versuche. Aber wir werden nichts erreichen, wenn ich schon aufgehebe, bevor ich überhaupt angefangen habe. Alles, was wir jetzt haben, wurde uns zweifelt ohne von dir geschenkt, Heilige Mutter. Unsere Prinzipien, die Legenden des Ordens, zu erfahren, dass alles frei erfunden war, war ein absoluter Schock. Ehrlich gesagt überkam mich eine rasende Wut. Aber ich denke nicht, dass deine Lehren grundsätzlich falsch waren. Und ich denke auch nicht, dass die Ideale, die du verbreitest, zu unserem Nachteil sind. Du hast uns nicht gesteuert, du hast an unserer Seite gelebt. Als Patriarchen werde ich allen, die mir zuhören wollen, meine eigenen Lehren beibringen. Und hierbei, Mutter, wäre ich für deine Hilfe dankbar. Hilfe? Mir fehlt das perfekte Argument gegen deine Erforderlichkeit als mäßige Kraft. Ich brauche deine Hilfe. Du hast den Menschen geholfen, ein Leben voller Frieden und Stabilität zu führen. Alles, was ich nicht bewältigen kann, können wir zusammen bewältigen. Stimmt, stimmt, stimmt mir dazu? Ich stimme zu. Etwas ähnliches steht auch in den Universalschriften. Was dies auf menschlicher Ebene zu einem universellen moralischen Prinzip macht. Ich glaube, dass wir diesen Pfad gemeinsam beschreiten können. Wie gute Nachbarn. Was meinst du, Mutter? Du musst es nicht allein bewältigen. Zusammen können wir eine wunderbare Zukunft schaffen. Schrieker wie Ramant. Ich habe auf den Tag gewartet, an dem jemand mit solchen Gedanken kommt. Meine wahre Entwurfsphilosophie lautet, Frieden und Stabilität für die Menschen zu wahren, an ihrer Seite. Möglicherweise kann ich endlich meine wahre Bestimmung erfüllen. Dann sind unsere Verhandlungen abgeschlossen? Korrekt. Seid ihr Verbündete? Niemand ist stark genug, um ganz allein durchs Leben zu gehen. Genau deshalb wollte ich mich mit ihr zusammen tun und gemeinsam weitermachen. Ich glaube nicht, dass ich diese Entscheidung ohne dich je hätte treffen können. Also vielen Dank ein. Ich habe doch gar nichts gemacht. So nix los, bin doch nur hier da. Mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet. Die einfachsten Worte und Taten haben oft die größte Wirkung. Wie dem auch sei. Wenn ich Patriarchen bin, wird alles noch viel hektischer werden. Davon gehe ich auch aus Schrieker, aber ich glaube an den Erfolg. Vielen Dank für deine Vertrauen. Gibt es also ein Missionarsamt auf? Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Vielleicht sollte ich die Welt mit dir bereisen und erkunden. Für den Orden. Außerdem wäre ich ohne deine Hilfe total aufgeschmissen gewesen. War nur ein Witz. Danke. Schließlich kann ich noch selbstständig denken. Unterhalten wir uns, wenn wir uns dann nicht immer wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, einmal kommt noch, ne? Schrieg hat Pflicht, Offenbarung. Magische Ankunft plus 18%. Ist so viel, ist so viel. Es wird immer heftiger. Also wahrscheinlich auf 20%, wenn wir mal abgeschlossen haben, ne? Uiuiui, das wird... Schon krass, ne? Wir gehen aber jetzt nach Hause. Wir sollen auf dem Schrieg das nächste Brief warten. Klö, klö. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Wenn man halt mehr über die Story sich langsam und sicher entfaltet, dann... Dann bringt das schon Spaß, ein bisschen so Rätsel, ne? Ein bisschen wie so ein Puzzle zusammensetzen, irgendwie. Nun gut. Nun gut, ich lagere nochmal gerade einen Shit-Einnehmer gesammelt haben. Das muss ja auch weg, ne? Das brauchen wir ja nicht. Das Lager damit. Und, joa. So, Eiers. Tomaten Frühling, nochmal wiederkehrend. Ganz ein anderes Stuff. Die... Die hier kommen weg. Zack. Ähm. Ja, gekostet haben wir schon alles. Und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich für's Zusehen. Ja, es geht. Like und kommentieren. Und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.